herzlich willkommen zu dem tutorial zum unite bot Leute ihr habt bestimmt eine frage und zwar wie registriert ihr euch oder wie verifiziert ihr euch mit dem unite bot bei uns das ist ganz easy ich bin jetzt hier mal schon mal im richtigen raum auf dem discord natürlich müsst ihr erstmal auf dem discord sein natürlich die rolle fortnight euch selber anklicken wenn ihr das gemacht habt klickt ihr auf verifizierungsfn und dann seht ihr auch schon den unite bot post hier unten dann auch eine kleine hand da klicken wir einmal drauf schon bekommen wir eine privatnachricht vom unite bot klicken hier mal rein warten mal ganz kurz linking your epic account hier müssen wir dann unseren epic account name eintragen ich bin mir jetzt nicht sicher ob es der hier ist nein der ist es nicht dann war es wahrscheinlich der hier yes das war er seht ihr so dann habt ihr die auswahl einmal playstation nintendo pc oder handy ich persönlich habe ein pc ich persönlich habe ein pc deswegen nehme ich windows klicke das auch einmal an schon kommt als nächstes die abfrage ob wir keyboard maus controller oder touchpad benutzen in unserem falle keyboard und maus so dann sagte hier wir müssen den unite 6 als freund das machen wir sehr gerne wir gehen mal hier rein freund hinzufügen werden ihn anfrage verschickt gucken wir sind jetzt freunde mit scrollen zu ihm runter der unite bot hat jetzt hier einen code stehen und zwar den code 4693 und die tippen jetzt hier auch kurz ein und danach sind wir verifiziert dank ihr Untertitelung des ZDF, 2020